Die Firma Gerstlauer gibt es seit 1983. Wir stellen Achterbahnen und Vergnügungsanlagen her, die auf der ganzen Welt in Freizeitparks oder auch auf Kürmessen ihren Platz haben. Wir transportieren Menschen. Bei Menschen ist natürlich Sicherheit oberstes Gebot, da dürfen keine Kompromisse eingegangen werden. LAB zeichnet aus, dass wir besonders qualitativ hochwertige Produkte haben, dass unsere Produkte auch auf die Bedürfnisse von unseren Kunden passen. Dass wir entsprechend eine hohe Lieferfähigkeit aufweisen können durch unsere Vielzahl an Logistikzentren. Den Webshop der Firma LAB nutzen wir jetzt schon wie fünf, sechs Jahre. Also wir haben da gleich geschaut, wie können wir denn bei uns intern auch das ganze Bestellen vereinfachen. Wir schaffen es durch die Nutzung von unserer Smartphone-Lösung Scan2LAB Mobile, dass wir vor allem auch die Fehlerquote auf Kundenseite deutlich reduzieren können. Wir haben natürlich hofft, dass die Leitungsführung vor Ort auf der Baustelle geändert wurde. Und der Kollege sieht, okay, ich brauche noch eine Leitung. Er nimmt sein Handy raus, scannt den Barcode ein, geht in den Webshop rein und bestellt die Leitung gleich direkt nach Frankreich, nach Daigien, wo wir gerade sind. Die Leitung ist am nächsten Tag da und optimal, wir können weiterarbeiten. Die Vorteile für den Kunden Gerslauer mit der Nutzung von Scan2LAB Mobile ist eine beschleunigte interne Kommunikation. Bis hin zu einer Reduzierung der Fehleranfälligkeit bei der Übermittlung von Bedarfen, aber auch die deutlich schnellere Zustellung auf Baustellen, beispielsweise ins Ausland. Die Zusammenarbeit mit der Firma LAB ist für uns toll, weil wir hier einen tollen Service haben, weil die Produktpalette für uns optimal ist, weil wir auf die ganze Welt liefern und weil natürlich auch die Lieferfähigkeit vorhanden ist, weil wir Sonderanlagen bauen und natürlich auch kurzfristig mal was benötigen. Also von daher sind wir sehr zufrieden, dass wir da mit dem Hause LAB zusammenarbeiten können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017